Betty Taube ist wieder in festen Händen. Vergangenes Jahr verkündet die Beauty, dass ihre Ehe mit dem Fußballer Koray Günther vorbei ist. Seitdem gibt es häufiger Gerüchte um ihr Liebesleben. Jetzt lässt sie die Bombe platzen und bestätigt ihre neue Beziehung. In einem Interview schwärmt das Model, Bei mir in der Liebe läuft es gerade sehr gut. Ich bin vergeben seit diesem Jahr, das war das Gute. Die zwei sind seit acht Monaten zusammen. Auf einer Veranstaltung lernen sich die beiden kennen. Die 28-Jährige erkundigt sich bei ihren Freundinnen nach dem Unbekannten und das mit Erfolg. Habe dann sein Instagram-Profil herausgefunden. Bisher deutet alles auf einen Mann namens Jeremy als Bettys neuen Partner hin. Jedoch behält sie weitere Informationen vorerst für sich.